Naja, also als ich dann nach Hause kam, ich war ja früher politisch nicht organisiert, bin da in die SED eingetreten. Es war ja die Vereinigung von Sozialdemokraten und Kommunisten und vielen Parteilosen, habe danach ja auch zeitweise im Ministerium gearbeitet, war auch zeitweise zweiter Sekretär in Tempelhof bei der SED, später auch Parteisekretär. In Johannestalen im Betrieb, als letzte Bemerkung, habe mich dann auch besonders nach 89, 90 hier interessiert für den wandelischen Modus. Moorsoldatentreffen, habe da auch viel von mich vermittelt, dass Moorsoldaten Interviews geben konnten aus Köpenick. Ich habe diese Dinge, habe mit denen gute Kontakte, bin jedes Jahr hingefahren dort, habe an den Treffen teilgenommen. Und das versieht gegen Krieg und gegen den Faschismus. Und das ist die Schlussfolgerung. Der Krieg ist etwas Furchtbares, der bringt nicht nur für die Soldaten, sondern für die Bevölkerung viele furchtbare Zustände. Und gegen den Faschismus und gegen den Neonazis muss man sich wenden, um ähnliche Verhältnisse, die sie anstreben, verhindern zu können. Das wäre vielleicht auch gleich noch das Schlusswort, wenn nicht noch irgendwelche angefahren sind. Also diese Schlussfolgerung, die ist nicht nur jetzt in den letzten Jahren entstanden, sondern damit lebte man auch schon in der Zeit, wo man eingesperrt war und dann nachher während des Krieges und danach. Also diese Schlussfolgerung, die ist nicht nur für die societaten, wo man sich auch in der Zeit, wo man sich auch in der Zeit, wo man sich auch in der Zeit.